Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag, heute ist der 13.08. 13.08.2022, es ist 10.33 Uhr. Heute vor zehn Jahren habe ich anscheinend ein Foto am Potsdamer Platz gemacht mit dem Deutsche Bahntower. Guten Morgen hat mir der Jörn da gesagt und der Klaus auch. Ich weiß gar nicht mehr, welche Uhrzeit das war. Steht das noch dabei? Ich glaube nicht. Egal, es ist Samstag. Der Tag heute fing hier im Haus wieder relativ früh an, irgendwie gegen 7.30 Uhr ging schon das Gerumpe los. Um 8.30 Uhr stieg dann das kleine, wir haben ja anscheinend ein neugeborenes Kind im Haus, fing an rumzuschreien, erst leise jammern, wimmern und dann wurde es immer lauter und nach einer halben Stunde sind dann die Eltern, glaube ich, auch irgendwie wach geworden davon und sind dann mal hingegangen. Ich habe zwischenzeitliches Fenster zugemacht. Ich bin dann irgendwann aufgestanden, weil ich war dann wach. Ich bin zwar gestern erst um eins ins Bett, weil ich noch dem Enno beim Alt-F4-Spielen zugeschaut habe und sehr amüsiert hier lag und mir entweggelacht habe. Davor habe ich noch ein bisschen Stream geguckt von Django Jeff. Zusammen mit Hayley hat er Elden Ring gespielt. Und ich habe gestern einen von drei, ausgeliehenen Filmen bei Amazon. Gibt es ja ab und zu mal freitags, nicht jeden, aber vielleicht alle zwei, drei, vier Freitage, ich weiß es nicht, Filme zu leihen für 99 Cent für Prime-Mitglieder. Und da habe ich mir Morbius angeguckt und der war echt nicht gut, muss man leider so sagen, wie es ist. Also der Doktor, der halt körperlich sehr stark beeinträchtigt ist, nicht richtig laufen kann und Krücken hat und dann Fledermäuse, Vampirfledermäuse einkassiert und die dann für seine Forschung verwendet und dann sich irgendwas spritzt und dann selber zum Vampir wird. Aber er hat künstliches Blut erfunden und er will eigentlich nur dieses künstliche Blut nehmen und nicht die Menschen wegfuttern. Und ein Freund von ihm, den er aus dem Waisenheim, aus dem Krankenhaus, wie auch immer, von früher noch kennt, der kriegt das mit. Matt Smith spielt den, ich glaube, der war mal ein Doktor in Doctor Who, großartig. Und der spielt halt jetzt den Freund von dem Doktor Morbius und ne, der heißt ja eigentlich anders, oder? Egal. Und der ist natürlich genau das ganze Gegenteil. Der ist jetzt, hat durch das Mittel ist er jetzt stark, lebt sein Leben und muss nicht mehr kränklich jeden Tag dreimal sich das Blut waschen lassen und die prallen dann aufeinander und da kommt es dann zu einem großen Kampf. Ja, grafisch, animationstechnisch ganz gut, würde ich sagen. Aber wie gesagt, nicht so der Bringer und dass man das jetzt auch irgendwie mit einbinden will und dass der dann gegen den Spider-Man kämpfen soll als Anti-Held. Ich weiß es nicht. Zumindest steht es irgendwie so im Internet, dass man so die Sinister Six oder so heißen die, glaube ich, die dann Spider-Man auf den Sack gehen wollen und einer davon ist dann wohl Morbius. Naja, mal gucken, was der Jermaine dazu sagt, ob der den Film geguckt hat. Mit dem habe ich gestern ein bisschen gequatscht nach dem Stream. Ich habe gestern spontan angemacht, 15 bis 18 Uhr ein bisschen Traveler's Rest gespielt und gequatscht und ja, dann war Jermaine da und hat frei und heute muss er zwar wieder arbeiten, aber heute Nachmittag hören und sehen, wir sehen nicht, aber spielen wir dann auch noch mal ein bisschen was zusammen, ein bisschen Deep Rock Galactic und ja, war schön. Wir haben glaube ich zweieinhalb Stunden gequatscht und Informationen ausgetauscht. Man könnte es auch lästern nennen, aber ja, und dann bin ich, wie gesagt, auf der Couch, habe Film geguckt und er hat, glaube ich, auch noch Film oder Serien geschaut. Vom Sandmann auf Netflix ist er auch ganz angetan, hat er irgendwie teilgebinget zumindest, die ersten sechs, sieben Folgen am Stück geguckt. Ich gucke ja jeden Tag eine, also ich gucke heute wieder eine und morgen dann wieder eine und Montag habe ich dann noch eine. Wobei Montag weiß ich noch gar nicht, ob ich dazu komme, die zu gucken, weil ich ja Montag unterwegs bin mit Solos und Equinox Mini-Siebenwindtreffen. Na, mal schauen. Ja, war auf jeden Fall gestern ein recht angenehmer Freitag. Arbeitstechnisch habe ich die Vertretungsaufgaben geschafft, war relativ entspannt im Vergleich zum Mittwoch und Donnerstag. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen mehr, aber heute ist erst mal Wochenende. Dann haben wir unten noch ein Eis geholt. Die haben mir dann angeboten, hier bringe ich uns ein paar Boxen, dann füllen wir dir da noch was ab, wir schmeißen das jetzt eh weg und dann kannst du am Wochenende Eis essen. Ich war kurz versucht zu sagen Ja, aber ich dachte dann so, nee, komm, ein Eis am Freitag reicht und nächste Woche kann ich ja dann da wieder zuschlagen. Ja, und heute ist Samstag. Ich habe schon zweimal 20 Minuten Sport gemacht. Einmal mit wenig schwitzen, einmal mit ein bisschen mehr schwitzen. Ja, mal gucken, ob ich heute meinen äußeren Ring zukriege. Also ich will ja irgendwie 700 Kalorien verbrauchen. Ich glaube, aktuell bin ich bei 200 oder so, muss ich nachher nochmal rauslaufen oder dann den restlichen Abend auf dem Trampolin verbringen. Mal gucken. Ja, ansonsten, Paul läuft auf dem Fernseher im Wohnzimmer und lässt sich von irgendwelchen Steintreppen triggern. Ich werde jetzt was frühstücken, noch ein bisschen Stream gucken, dann eine Folge von The Sandman auf Netflix und dann um 12 Uhr mache ich den Stream. Heute nur bis 15 Uhr, nicht bis 16 Uhr, da ich, wie gesagt, heute am Nachmittag noch ein bisschen mit dem Jermaine Zeit verbringen möchte. Das ist ein kleines Zeitfenster, vielleicht sogar das letzte Zeitfenster dieses Jahr, wo er Zeit hat und das muss ich irgendwie nutzen. Und von daher drei Stunden Horizon. Morgen habe ich dann auch schon mal reduziert auf drei Stunden Creative und nicht vier. Machen wir erst 15 Uhr an, bis 18 Uhr wird dann morgen gefaltet. Und mal gucken, was ich dann morgen Vormittag mache. Vielleicht gehe ich ja mit Toni Frühstücken irgendwo, wenn ich mal anschreibe, ob er Zeit und Lust hat. Irgendwo in Köpenick müsste ich da, glaube ich, was finden. Brunch in Köpenick. Gibt es sowas? Bestimmt, oder? Gut, also, das ist es von mir. Wenn ihr mögt, kommt gerne vorbei um 12 oder ab 12 auf Twitch. Gucken wir mal wieder ein bisschen in den Horizon Forbidden West rein. Wir sind jetzt über die 100-Stunden-Marke. Wir bewegen uns auch so langsam zum Ende des Spieles, auf das Ende des Spieles zu, aber naja, wird wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 Streams dauern, bis wir da durch sind. Ich habe kein Gefühl dafür, aber es ist schon relativ viel erledigt, von daher, ja, wird das schon. Ja, dann habt noch einen wunderschönen Samstag, habt ein angenehmes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern, hier in Berlin ist es irgendwie grau und grau gerade. Wird das gar nicht richtig warm? Es hieß doch, dass es jetzt die ganze Zeit immer auf 30 Grad hoch geht. Heute 29, okay, bewölkt, aber warm. Morgen 33, Montag 31. Abstürzen tut es erst nächsten Freitag auf 22. Naja, es ist Sommer, ne? Also, lasst euch nicht ärgern, habt ein schönes Wochenende, bis später oder dann bis morgen beim nächsten täglichen Vlog oder bis demnächst irgendwie. Ich bin Reus. Tschüss.